Die Kamera in diesem Amazon Warenkorb kostet satte 1.449 Euro. Doch um zum Beispiel auf YouTube zu starten, brauchst du sie für den Anfang nicht wirklich, denn heutzutage hat jeder seine Kamera immer mit dabei. Ich spreche natürlich von deinem Smartphone und in diesem Video gibt es einige Tricks, um videotechnisch am meisten aus diesem herauszuholen. Tipp Nummer 1, die richtige Belichtung. Nur wenige Kameras schaffen es, bei schlechten Lichtverhältnissen gute Videos zu erstellen. Meist sind diese dann eher verrauscht. Nutze aus diesem Grunde am besten das Tageslicht, bzw. möglichst viele Lichter und ganz klar filme nicht gegen Licht, da das Bild dann entweder überbelichtet oder vom Smartphone die Helligkeit der Umgebung reduziert wird. Tipp 2, triff so viele Einstellungen manuell wie möglich. Ziehe bestenfalls selbst den Fokus, damit immer das, was im Vordergrund liegen soll, auch wirklich scharf ist. Außerdem kannst du Werte wie den ISO oder die Belichtungszeit selbst einstellen und damit kreative Ergebnisse erzielen. Wenn du nun noch drei weitere Tricks erfahren möchtest, wie du bessere Aufnahmen machst, dann klicke jetzt auf die Infocard. Diese führt dich direkt zu meinem neuen Kanal Tutorial Center, in dem immer aktuelle und neue Videos zum Beispiel zum Thema besser filmen, besser fotografieren, aber auch aus den Bereichen Minecraft, Windows und Technik hochgeladen werden. Ein Abo auf diesem Kanal lohnt sich auf jeden Fall, denn dann bekommst du immer neuen Content direkt in deiner Abo-Box. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du vorbeischaust, Link in der Infocard und in der Beschreibung. Und ansonsten war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch morgen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Abo-Box